Bei mir ist die Carina, du bist das Model des Monats. Dezember. Auch schon aufgeregt? Es geht, also es hält sich noch im Rahmen, aber ich denke später wird es noch schlimmer. Bist du schon mal bei so einer Wunschau mitgelaufen oder bei so einem Model? Nein, nein, leider noch nicht. Das ist das erste Mal, jawohl. Hast du einen Fanclub mitgebracht? Ja, so ein relativ kleiner, aber Gott sei Dank habe ich ja noch die Firma hinter mir, die heute da ist. Ja, prima. Dann darfst du jetzt natürlich auch noch grüßen. Ich grüße eigentlich meine ganze Family und die ganze Firma Grisa und meine ganzen Freunde, die mich kennen. Okay, vielen Dank und viel Spaß und Erfolg. Tschüss.